Warum entscheiden sich so viele Menschen dafür, mit nur einem Partner zusammenzuleben? Warum heiraten Menschen einander? Und warum heiratet man in unserer Kultur nicht gleichzeitig zwei oder drei oder vier? Menschen, die einander vertrauen, unterstützen sich gegenseitig. Die Sicherheit, sich aufeinander verlassen zu können und die Gewissheit, dass der andere alles geben wird, um gemeinsam ein Ziel zu erreichen. Wenn Menschen ein Haus verkaufen, ist das oft eine der wichtigsten Entscheidungen in ihrem Leben. Da muss man sich auf den anderen verlassen können. Manche wollen dafür gleich mehrfach heiraten. Sie beauftragen mehrere Makler, die sich ins Zeug legen sollen. Doch dabei wären sie mit einem glücklicher. Ein Makler-Alleinauftrag ist ein Pakt auf Gegenseitigkeit. Der Makler wird alle notwendigen Schritte tun, um sie zufriedenzustellen. Lassen Sie nicht zu, dass mehrere Makler eine der wichtigsten Entscheidungen zu ihren Ungunsten beeinflussen. Geben Sie einen Alleinauftrag. Gesang! Ja, ja, ja! Das ist ein Spiel, oder? Das war's. Vielen Dank. 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 andet Jogi, warte mal aufzunehmen, dann musst du schnell laufen. Ich muss. Ich muss. Ich muss. Das ist ein Dreier. Ich finde die Nummer auch. Nummer 10, in der 9, die Nummer, das ist nicht. Ich muss. Ich muss. Und so jetzt. 3-4 3 4 5 5 5 5 5 6 Ich spreche, ich werde wieder einigen! Inners! Ich bin in 실ностью. Schöpfchen, ich werde wieder einigen. Ja, ich werde gleich einschieben. Auslangen! Underhalb! Alle, wenn du jetzt nicht nach einer aufhängen kannst! Nein, ich werde wieder das. Ich werde wieder einigen. Ich habe voll frei! Ich habe einiges! Wo gehst du hin? Stimme! 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 Also erstmal muss sie da den Reitern oder anklicken, man kann ja alles... Halleluja! Halleluja! So, Hanna, komm! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Das war's für heute. Sieh! Jawoll! Weiter! Nächster! Raus, Tamea! Tamea, aus hier! Tamea! Tamea, Tamea! Tamea, Tamea, Tamea! Tamea, Tamea! Tamea, Tate, Tate! Sieh, sieh, sieh! Die Rot-Blauen haben zwei, die haben die Linien. Das ist der Gegner. Die Rot-Blauen! Die Karte! Achtung! Kleine Haltigkeit! Vielen Dank. 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 Ja! 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 Ja!